Das Dings ist ein Sprachspiel. Es geht darum, ein Wort zu erraten. Ein Spieler liest nacheinander mehrere Hinweissätze vor und die anderen Spieler versuchen, das Wort zu erraten. Wir spielen jetzt mal eine Karte durch. Das Dings findest du im Sport. Das Dings ist ein Fahrzeug. Wird bewegt. Braucht viel Muskelkraft. Schlittschuhe vielleicht. Nein, warte. Hat zwei Räder. Hat viele Gänge. Dann kann es ja eigentlich nur noch ein Fahrrad sein. Ja, genau, richtig. Das war das Dings. So einfach ist das Spiel. Das war das Dings. Untertitelung des ZDF, 2020